einen wunderschönen 24 dezember jetzt geschafft ich hab's geschafft wir haben tatsächlich 24 videos im dezember auf die reihe gebracht heute noch mal mit einem smarten led lichtstreifen dem eve light stripe der hinter mir auf mir über mir gerade hängt ich bin schon ordentlich durch muss ich sagen ich gehe auch gleich nach hause und hängen diesen lichterstreifen wieder hinter mein bett da macht der gutes licht indirektes licht das ist einer von den hellsten licht streifen die lassen sich dimm natürlich die lassen sich in den farben verändern man kann kinder fantastisch damit beschäftigen indem man ihnen einfach die abgibt geht auch über die watch ab und dann können sie die lichter farben stellen und so weiter sehr sehr schön hat leider keinen button wo man ihn ausschalten kann es geht wirklich nur über die die app man kann natürlich stecker ziehen das ist eine gute lösung spricht über wifi nicht über bluetooth braucht keine bridge ist 100 prozent home kit kompatibel was mir persönlich sehr wichtig ist und ist sehr dick lässt sich nämlich zuschneiden man kann den wenn man eine gewisse länge erreichen muss kann man den abschnipseln man kann den auch verlängern wenn man den beispielsweise so als indirektes licht hinter den spiegel kleben muss es gibt viele viele anwendungsfälle für licht gerade jetzt zur winterzeit und weihnachtszeit ich danke euch fürs zuschauen das hat viel spaß gemacht diese kleinen nicht so ernst zu nehmenden 24 videos an 24 tagen zu produzieren aber es ist echt spät ich gehe nach hause schöne freie feiertage und bis später